ja ich komme zurück zu einem neuen Video von mir El Planox und heute spielen wir Jetpack Joyride Reckner mit 750 Meter Vorsprung und Leute morgen oder wenn du das ne warte mal heute irgendwann demnächst direkt richtig schlecht gewesen die Runde aber das ist mir egal ähm, mich will ein Jetpack Joyride einfach auch Spaß mal so und ich habe eine große, eine sehr große Ankündigung und zwar wird ich weiß nicht wann das Video online kommt aber rein theoretisch müssen wir erst am Samstag hochkommen Samstag oder Freitag, Samstag ähm und heute Leute heute wird was ist gerade los? normalerweise bin ich nicht so schlecht in dem Spiel ähm, heute wird ein Musikvideo von mir online kommen echt, es ist nicht in echt, ich habe auch den Song nicht selber geschrieben, bin ich ganz ehrlich ähm, ich mache, habe einfach nur ein Musikvideo dazu gemacht und ja, das wird euch heute noch erwarten, ähm, zumindest sagen wir einfach so am Samstag, dem, äh 26. das muss gut sein, muss gut sein und äh ja, da kommt Musikvideo, ich habe, kommt gerade aus dem Schnitt raus, 6 Stunden, glaube ich das jetzt geschnitten äh, ja ich finde, ich habe mir mal nicht viel Spaß gemacht, das zu machen auch weil ich jetzt extrem müde bin und einfach nur noch diese Aufnahme hier machen möchte ähm, ja es wird klasse, ich freue mich schon richtig doll ähm, auch wenn es sich jetzt vielleicht nicht so anhört, aber ist tatsächlich so neue ich freue mich schon auf eure Reaktion aber mir hat es sehr Spaß gemacht ich weiß nicht, dass ich wieder auf meinem Kanal sein, aber naja, ich möchte dazu auch gar nicht viel sagen, das ist nicht in echt aufgenommen ich habe den Text, ich sage, ich habe nur noch zu sehen, wieder gemacht und, äh, ich bin noch nicht verstehe, ist mir egal und, ähm, ja, Leute ich hoffe, es gefällt euch genauso wie dieses Video, wir spielen jetzt noch zwei Runden, die Runde und noch eine andere ja, Leute ja, Leute ich bin ehrlich, ich habe das Video gemacht, weil ich eigentlich das Spiel mal ausprobieren wollte und ich habe schon das Spiel drin gesagt aber ich sehe das ist nicht so, ich habe das auch dauernd, ich muss nicht es kann auch mehr kommen, wenn ihr möchtet von einem Spiel okay, das war schlecht ähm, mir macht das Spiel Spaß meine Ohne Mama, wir haben noch uns nicht zufrieden Leute habt ihr das gesehen? ach, schade ja so guck mal mal, ein Lager noch Kleidung und ich bin wahnsinnig naja, egal ich bin wahnsinnig ich bin wahnsinnig naja, egal äh äh aber alles gesagt kann ich auch gar nicht sagen wir starten jetzt auf jeden Fall gleich rein in die nächste Runde und mehr gibt es ja auch gar nicht wir können natürlich hier auf dem Wolf sparen ich werde ich werde viele Videos dazu bringen, denke ich also mehrere und dann können wir ja mal hier ein bisschen auf fortnite machen das sage ich immer wenn hier dann können wir dann alles sein wir können kann das Skytuper können wir sein Skytuper äh die dieser Clown die Ritter von sind 2 Wolfskin gibt es schon ein paar ja und ja Leute jetzt los geht's in die letzte Runde und heute ein etwas kürzeres Video aber es kommt mal wieder ein Video nach langer Zeit jetzt tatsächlich aufwendig ich habe viele Videos vorproduziert ich bin ich will ganz ehrlich zu euch sein ich habe so viele Videos produziert und gemacht und aufgenommen also wirklich Videos die äh damit könnte ich euch zwei Wochen lang damit verwirren dass alle zwei Tage ein Video online kommt und ähm ja aber irgendwie vergesse ich immer hier hoch zu laden das ist irgendwie sehr anstrengend ich werde jetzt auf jeden Fall in Zukunft mehr dran denken und ja jetzt doch vielleicht noch mal eine ordentliche Runde reißen ja wie gesagt heute nicht das beste Gameplay weil ich bin einfach müde deswegen ist die Folge dementsprechend auch heute nicht so lange nicht so viel was ich erzähle und so aber es ist mal wieder ein Video und morgen kommt ja dann mal ein etwas größeres Video ein Musikvideo wie gesagt und ja von mir aus kann ich auch mehr von sowas bringen kann ich gerne machen wie gesagt mir hat Spaß gemacht so so ach Leute ich muss ganz ehrlich sagen ähm falls ihr das Video nicht versteht das ist wie hier morgen ähm von mir aus mache ich ähm ich sag es euch ich werde ein Infovideo dazu machen müssen ähm wieso das so ist und wie soll ich mir in China das so zu machen dann wird man sich wieder weit äh Infovideo bald folgen wette ich mit euch oder vielleicht auch nicht ich glaube wir mal sehen ob ihr das versteht ähm ähm scheint so als hat sich die Frauen sind ich weiß es nicht ich möchte mich damit jetzt auch nicht mehr oder spoilern okay jetzt hab ich den Sprung bisschen schlecht geteilt aber wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal eigentlich ganz gute runter ich das Leben nochmal ja wie okay dann ist aber auch vorbei 3,7 Meter nochmal 5 bin nochmal äh ja nochmal 7 dann schauen wir was ihr noch alles bekommen und die Bombe nicht nee dann nicht jo nochmal 1000 München Leute sehr gut okay komm wir machen dann einfach noch eine Runde ganz einfach wir springen hier nochmal ein bisschen und nochmal die Bombe Leute was ist los hier fuck ja aber nicht die 4000 schade jetzt nochmal drehen und nochmal drehen sehr spannend okay wir nochmal machen wundert sollen jetzt aber wirklich Leute wirklich die letzte Runde noch gehts nochmal mit 750 Meter Vorsprung wir starten rein ins Spiel in die finale Runde und dann ist wirklich Schluss weil ich bin echt wieder wie gesagt schnitt äh frisch ausgeschnitten ja Leute fände mich sehr überein aber über ein Abo schäum aber wie gesagt es war in den Fortnite wieder eine Ausnahme das ich jetzt mal gemacht habe weil davon ist so der Fan von aber es würde mich trotzdem natürlich sehr freuen mit der es ist die 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 andere die die er die 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 ja damit ist die runde vorbei wir machen jetzt wirklich noch mal unsere zwei spins und den letzten nichts noch mal bekommen leute ich hoffe euch hat das video gefallen und freut euch auf jeden fall das musikvideo ich freue mich sehr ja bis zum nächsten mal ciao leute